Und wieder da, und wieder da, an der gleichen Stelle. Talalalala. Hey Leute, willkommen zurück zu einer gepflegten Runde Mario. Ähm, im letzten Park hat's übelst geleckt. Aber jetzt nicht mehr. Ich hab das Problem hoffentlich behoben. Also, ich kann mir da genug zocken, ja. Ähm, ja, dann machen wir weiter wie gewohnt weiter. Eine Gemültnummer. Wie viel Wissen haben, ey. Talalalala. Hey du, da hast du keine Sternteile für, äh, Sterne, oder? Ich will Sternteile essen. Ganz viel davon. Ich will essen. Talalalala. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich für und esse, verwandle ich mich. Glaube ich. Oh gut. Oh, gut, das jetzt. Das war's, das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Das war's. Jedehör. Mein Gott. Oh, eine Galaxie wurde geboren. Und, zur neuen Galaxie, die ich nicht kenne. Nein. Oder doch. Allein. Oder doch. Kokon Asteroidengalaxie. Flieg mit Klebekokons. Äh... Was soll denn in der Galaxie? Ja... Oi... Holy shit! Was hab ich wieder eingelassen, ey? Oh nein... Oh... Alles meins! Oh Gott... Huau... Okay, jetzt ist es noch ein bisschen easy... Oh... 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 Ich bin nicht lebt wieder, ich bin noch da... Mario... Nein, ich muss... äh... Meine... Aaaaaah... Hey Leute... Ich verpiss mich hier... Bevor ich alle meine Leben verliere... Irgendwann mal, wenn ich besser geworden bin... Ihr kennt mich ja... Wie in Mario Galaxie 2... Ich mach lieber meinen... äh... meinen... gewohnten Laufweiter... Hallo... Der Terrasse gibt es hier lang... Hier, ich will aber zum Malen zu machen... So... So... Uh... 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 Aha... Und da bin ich hier... Platz da... Mario ist unser Haus... So... Was kann man machen... Die haben ja... What the fuck... Äh... Nein... Äh... Die Sterne... Sterne... Reichen mir dort... Bang... Ja... Ich will nicht alle Sterne holen... Deswegen... Wenn ich Sterne brauche... Weil ich ja... Wo ich die finden kann... Testball... Wundersame Reisen... Ich weiß... Ach... Das aus Super Mario 2... Oh... 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 Hier hat es einen Lauf gefunden... Oh... 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 Das wird mich schon wieder cool... Ich mag das... Oh... 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 Hey... Wenn du auf den Sternenball steigen willst... Dann höre gut zu... Was Schilds hilft dir zu sagen... Also... Springe auf den Sternenball... Ja... 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 Gut... Du bist drauf... Dann halt die... Dann halt die gerade oben... So... Ja... Das ist die Grundlage... Äh... Grundlegende Haltung... Aus dieser Grundhaltung leige die... Äh... Fernbedingung um den Sternenball... Rollen... Zu lassen... Und... Ihn zu bewegen... Du... 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 Und mit A springst du... Wenn dir jemand im Weg ist... Überroll ihn einfach... Nun... Erfahrung ist der beste Leerweister... Probier mal bis zum Zielrollen... Und einfach überrollen? Ja... Okay... Du... 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 Nein... 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 So... Hilf mir doch jemand... Ui... Boah... Äh... Wir gehen über den einfachen Weg... Sag dir den einfachen Weg... Hm... 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 Boah... Ui... Huih... Boah... Das ging ja mal geil ab... Oh mein Gott... Der ist da oben... Wie schwer! Ja! Huah! Ta-da! Ta-da-da-da! Yeah! Sternen erhalten! Wenn so... Das war aber... Das war voll cool! So. 14 Sternen... Sterne... ...belangt sie komplett. Gut. Saving... Yes! So. Uuuu... Amp... Roter Komet... Kampfhelsen... ...Galaxie... ...der 3 Sternen... ...und dann gehen wir dahin. Muuu... Ähm... ...da... ...Riesenfestung aufgetabert. WTF... Niii... Wie lang habe ich noch? Ja, locker. Locker. Locker Zeit habe ich noch. Bup... 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 No... Yes! So... Ah... Blaustände... Ist das erforderlich? Ich habe nicht... Äh... Ich habe nicht... Äh... Ich habe nicht einen Plan, ob das erforderlich ist. Aber ich mache es trotzdem mal. So aus reiner Interesse. Ja... ... ... Ah... 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 Film dich, du Unfairer, du! Du... Ah... Let me alone! Ah... 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 Was war das denn jetzt? Oh... Wo kommen wir an? Und die Menschen, oder... Was da auch immer drauf ist, wollen uns... ... ziemlich mobben. Okay, so was ducken... Ah... In die starksten schönen Schlerrteile... Ah... Ah... Wow... Wow... Ähm... Wir können darüber reden! Ah... Ha... Man... Ich muss hier voll wegbomben! Aber wir können auch darüber reden! Oh mein Gott! Da muss man schnell sein! Oh Gott! Hallo! Hey! Ah... Ah... Wow... 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 Ähm... Mittig! Hilfe! 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 Haha! Alles will uns hier umbringen! Runter! Runter! Hoch! Oh... Nächster UFO! Platte! Äh... Was hast du denn hier? Aber wir verraten, ich muss wieder Kanonen denken! Ah... Scheiße! Sie sind auch so meine besten Freunde geworden! Die Kugel Willis! Ah... Stopp! Nein! Ja komm her! Ähm... So jetzt! Da fliegt das weg! Hoa! Nein! Geht! Hoho! Alle im Umkreis von 15.000 Meter getötet! Muhahaha! Das ist eine Verstörungsmaschine! Yeah! Da 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 da! Stern erhalten! Aha! Stern erhalten! Psst! 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 Sterne halten! Kampfeind Galaxie! 15 Sterne! Und 14 Münzen! Und 103 Sternteile! Neue Galaxie habe ich entdeckt! Wie bezaubernd! Falt... äh... Falt. Schwarzies entdeckt! Und wir messen unerhörte, unerhörte, unerhörte Große in der G-Mengen. Was treiben die da bloß? Tja, ähm, entweder Kinderarbeit oder Drogenfabrik. Eins von beiden. Weil Kinder haben gut, äh, machen, da sind da, äh, so jung und haben flinke Weine, ja, und... Und so, Drogenfabrik, die machen auch so automatisch, ganz, ganz automatisch. Ja, herr, schleicht dich in die Riesenfestung. Vielleicht, so wie James Bond, und, äh, noch wer. Und Kim Possible, genau, schlechte mich genauso wie, äh, ich bleibe ein Mission aus, James Bond und Kim Possible. Aha, das ist Mario. Nein, Gott, ich bin. Die Uhr tiegt. War, war die Momente. Piep, 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 piep. Ja, komm, mach, hier. So, eine Runde, neues Glück. Bluff. Ja, ha. Easy, easy, easy. Noch. Nein, ich will es aufheben. Nein. Heute vergesagt es sind. Hilfe. Ja, ja, ich komme. Ah, da. Reich und fertig. Reich und fertig. Vorsicht. Äh. Wo, ich weiß, ich gehe denn hin. Oh, okay, war. Reicht. Danke hier, das ist für dich. Verwandlung. Aha. Ui. Bö, bö. Ah, wir schleichen uns da voll rein. Keiner merkt uns, oder keiner merkt was. Da stellen Teile, keine schlechte Teile. Ich bin ab sofort voll beleidigt. Ja, das wollte ich mir noch. Tada. Hahaha. Äh, nein, oh nein. Talsch. So. Äh, komm, schon. Ja. Wow, es geht wirklich einfach. Oh nein. Oh nein. Äh. Ich habe es mir gedacht, mach jetzt so. Voll rein. Aber das wäre ja ein bisschen fatal. Hüah. Ja, äh, hasser. Ach so, komm her. Was ist herkommen? So kann es am Leib, wenn du willst. So. Äh, 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 äh. Laufen, Bob-Oms. Neuheit. Die neue Technologie von Mario. Oh mein Gott, ich muss das treffen, oder? Äh, boah. Äh, äh. Ah, vor den Kopf geschossen. Oh mein Gott, das ist ja geil. Boah. Boah, Alter. Ja, klar. Ja, klar. Oh Gott, da ist noch stehen. Ja. Wohin damit. Ah. Ha, ha, ha. Aufleben. Ha, ha, ha. Okay, wieder. Schlauch wie ein Homo. Ah. Ha, 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 ha. Ja, geht auch, Mario. Ha, ha, ha. Das ist doch voll kalt, so, ne? Ja, ja. Ha, ha, ha. Ha, ha. Da macht das Mario, hä? Ja. Ohne mich wäre Mario aufgeschmissen. Oh mein fucking Gott. Boah, ne, ey. Bitte, 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 bitte. Nein. Autsch. Ah, okay. Dann ist er da, okay. Dann ist er, okay. Wenn ich mal in den Kosmos fliege, dann. Bitte jetzt. Ja. Bandzeitenversuch. Yeah. Dala. Schön. Ah, Gott. Hehehe. Okay. So, dann sag ich einfach mal, ja, dann, äh, ich bin noch schon aufgenommen jetzt. Okay, 60 Minuten, ist ja gut. Dann sehen wir uns im nächsten Aufnahmeset von Let's Play Super Mario Galaxy 2. Äh, 2, sag ich schon. Äh, 1. Dann, ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und blablablai. Danke fürs Zuschauen und blablablai. Danke fürs Zuschauen und blablablai. Vielen Dank.